Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja grob. Sie selber sehen Sie aber nicht? Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel Radpillagge sehe ich. Jetzt sehen Sie mal da hin und gucken Sie. Ich gucke mal da. Ich sehe Sie, aber mich nicht. Und jetzt sehe ich nur Sie und ich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe auch. Jetzt möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das. Achso, die Hand ist nicht gesehen. Die ist nur von vorne. Das ist... Stehen Sie mal da hinten. Nein, ich sehe ich nicht. Weiss ich. Ja, was ist das denn? Das ist jetzt noch eine schöne Trumische Scheibe. Ja, tatsächlich. Sie müssen es nicht sehen können, Sie sehen, aber ich nicht. Ich bin ja plötzlich unsichtbar. Was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin ja nach vier. Danke. Danke. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit dem Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Kann ich auch nichts dafür. Das ist ja eigenartig. Sehen Sie? Ja. Nein. Nein, Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin los, ich bin nicht in der Minute. Spät ist kaputt. Gegen vier, kurz nach vier. Danke. Ich verspiegele mich verarschen. Haben Sie ein Problem? Ich verspüge mich. Kann ich auch, wie es wird früher. Ich verspüge mich los. Tolle Anmache, wirklich. Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Nicht. Das ist doch los, um Spiegel zu tun. Was ist das mit dem Spiegel? Sie kann man sehen und mich kann man nichts sehen. Kann ich mich mal ein paar Kinder hinstellen? Das ist ja merkwürdig, ne? Sie sieht man und mich sieht man nicht. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar. Auch nicht schlecht. Können Sie sich sehen? Nein. Wie fühl ich mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Das ist ein Ding, ne? Ich komme vor allem ans Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt da nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie noch mal die Brille runter. Wieder nicht. Jetzt sehe ich nur noch den Mantel. Stellen Sie sich mal hier, ob der hier auch noch nicht angeht. Immer zu wem. Das habe ich noch nicht erlebt. Kommt die noch mal zurück? Oder ist das erst? Da ist es. Ach so. Ja. Danke. Danke.